Der Wirtschaftsbeirat Bayern, 1948 gegründet, ist seit 75 Jahren Wegbereiter für Unternehmertum, Fortschritt, Nachhaltigkeit und Zukunftsfreude. Das Leitbild ist die soziale Marktwirtschaft. Sie ist die beste Grundlage, die Unsicherheiten der Zeit und die offenen Fragen der Zukunft zu lösen. Der Wirtschaftsbeirat Bayern ist weit mehr als nur ein Verein. Er bringt Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen und ist bekannt für sein Netzwerk renommierter Persönlichkeiten. Hier kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort. Hier hört die Politik ihnen zu. Heute schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte des Wirtschaftsbeirates Bayern auf. Ein Kapitel, das die Herausforderungen der Zeit aufnimmt. Digitalisierung, Klimawandel, demografische und geopolitische Umbrüche und die Neuausrichtung der Globalisierung. Wir wollen im Dialog gestalten. Sachlich, konstruktiv und respektvoll. So gehen wir auf die Politik zu. In Zeiten des Wandels präsentieren wir ein neues Symbol. Einen Kompass, der den Wechsel der Zeit einerseits und andererseits die festen Überzeugungen des Wirtschaftsbeirates Bayern aufzeigt. Fest in den Standpunkten, zuversichtlich, für morgen geben wir Orientierung. Es ist viel mehr als nur ein Logo. Es ist die Vision einer Zukunft der Freiheit und einer Zukunft, die alle mitnimmt. Der Wirtschaftsbeirat Bayern blickt dankbar zurück und mit Mut nach vorne. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, auf unsere Mitglieder, auf das, was wir miteinander erreicht haben. Wirtschaftsbeirat Bayern. Im Dialog gestalten. Ich kenne wieder besser, auf das, was wir zuschauen. Hier Form soweit sein. beliebtes Haus ihrfoht skle Indian-G米果 kann halt sein. Ich kenne wieder immer das, was es ist auf das, was es zu geben.